Hi, der Klimawandel, der Schutz der Umwelt, global steigende Ressourcenanforderungen sowie intensiverer Energieverbrauch, das sind nur einige der großen globalen Herausforderungen, die uns umgeben. Die Lösungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung sind dabei vielfältig. Neue Technologien können dabei ein Treiber sein in den unterschiedlichen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel der Stadtentwicklung, Produktionsweisen, der Energieversorgung, aber auch der Abfall- und Kreislaufwirtschaft, um die gemeinsame Zukunft klima- und umweltverträglicher zu gestalten. Was also ist zu tun? Was können wir ganz persönlich dabei tun? Abraham Lincoln hat schon mal ganz treffend formuliert, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Deswegen also willkommen bei dem Einführungskurs des SDG Campus. In diesem Kurs steht die Frage im Vordergrund, welche Potenziale und Herausforderungen sind damit verbunden, wenn wir Technologien im Dienst der Nachhaltigkeit stellen wollen und welchen Beitrag können wir selbst dazu leisten. Dafür wirst du in diesem Kurs besser verstehen, was das bedeutet, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen. Du wirst globale, aber auch regionale Ziele für Nachhaltigkeit kennenlernen, konkrete Technologien verstehen und perspektivisch auch anwenden, aber auch Technologien bewerten. Wann können wir davon ausgehen, dass sie wirklich einen Beitrag für Nachhaltigkeit leisten. Also, willkommen in diesem Kurs. Lass uns direkt loslegen. Du kannst diesen Online-Kurs total flexibel, wo auch immer du bist, mit welchem Gerät du bist, wann du lernen magst, flexibel lernen und am Ende dafür sogar ein ECDS-fähiges Zertifikat bekommen. Also, lass uns loslegen.